Technische Beschreibung. Fehlfunktion des Nockenwellen-Positionssensors B-Bank 2. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehler-Code DTC ist ein generischer Antriebsstrang-Code, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Dieser P0390-Fehler-Code zeigt an, dass ein Problem im Schaltkreis des Nockenwellen-Positionssensors von B-Bank 2 festgestellt wurde. Da dort Schaltung steht, bedeutet dies, dass das Problem in jedem Teil der Schaltung liegen kann, im Sensor selbst, in der Verkabelung oder im PCM. Ersetzen Sie nicht nur den CPS-Nockenwellen-Positionssensor, und denken Sie, dass dies das Problem definitiv beheben wird. Hinweis, der Nockenwellen-Sensor B ist im Allgemeinen der Sensor an der Auslass-Nockenwelle. Dieser Code ist grundsätzlich identisch mit P0345. Informationen zur Identifizierung des richtigen Sensors an Ihrem Fahrzeugmotor finden Sie in einem fahrzeugspezifischen Reparaturhandbuch. Symptome Symptome können sein, harter Start oder kein startraues Laufen Aussetzerverlust der Motorleistung Ursachen. Ein Code P0390 kann bedeuten, dass eines oder mehrere der folgenden Ereignisse aufgetreten sind. Ein Kabel oder Stecker im Stromkreis könnte geerdet kurzgeschlossen gebrochen sein. Möglicherweise ist der Nockenwellen-Positionssensor ausgefallen. Das PCM ist möglicherweise ausgefallen. Es besteht ein offener Stromkreis. Möglicherweise ist der Kurbelwellen-Positionssensor ausgefallen. Mögliche Lösungen. Mit einem P0390 OBDI-Fehlercode kann die Diagnose manchmal schwierig sein. Hier sind einige Dinge zu versuchen. Überprüfen Sie alle Kabel und Anschlüsse im Stromkreis Visuell überprüfen Sie die Stromkreisverkabelung auf Durchgang Überprüfen Sie den Betrieb, die Spannung, des Nockenwellen-Positionssensors Ersetzen Sie den erforderlichen Sensor Bs für die Nockenwellen-Position Überprüfen Sie auch den Kurbelwellen-Positionskreis Ersetzen Sie die Schaltkreiskabel und oder Steckverbinder nach Bedarf Diagnostizieren Ersetzen Sie das PCM nach Bedarf Ersetzen Sie das PCM nach Bedarf Und Solution